Herzlich Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr wisst, wenn das Intro kommt, wir machen wieder einen Produkttest. In dem vorherigen Video habt ihr sicherlich gesehen, dass es wieder neue Ware gab. Hier ist das nächste Paket. Das ist diesmal etwas etwas Größeres. Das machen wir jetzt natürlich gemeinsam auf. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne dass wir jetzt hier. Wir haben jetzt ein professionelles Sicherheitsmetzer zum Öffnen der Pakete. Einmal rumgedreht und dann gucken wir mal rein. Ich glaube ich weiß, was es ist. Was ist das? Denkt er jetzt nicht. Und zwar, holen wir euch mal bitte hier rüber und zwar sind das erst klassische Hausschuhe. Ja einfach nur Hausschuhe. Zurück zur Auspackperspektive auf meinem Schreibtisch. Ja, wie bereits schon erwähnt, das ist einfach nur Hausschuhe. Aber selbst auch sowas muss mal sein. Packen wir hier aus. Einfach hier rüber erst mal. Dann tun wir hier diesen Zack-Dings durchdrennen, der die Schuhe zusammenhält. Das machen wir gleich raus. Und machen wir eben das raus. So. Und für was das steht, kann ich euch leider nicht sagen. Das sind halt einfach nur richtig schöne, warme Hausschuhe. Absolut genial. So. Wieder zurück zu dieser Perspektive. Die guten Hausschuhe. Also die fühlen sich auf jeden Fall. Ihr könnt es leider nicht fühlen. Aber falls ihr Interesse an Hausschuhen habt oder ähnliches, ihr wisst Bescheid unten in der Artikelbeschreibung. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu den Schuhen drin. Was im Übrigen kein Amazon Rev-Link ist oder ähnliches. Also wenn ihr das Produkt über den Link kauft, verdiene ich nichts dran. Ihr bezahlt. Ich denke nochmal, ihr könnt doch einfach nach den Schuhen suchen. Bei Amazon ist mir egal. So, ich zieh jetzt mal. Geil. Ich zeig euch das mal. Ich blöd mache einfach die Kamera nach unten hier. So, seht ihr mal, wie es hier ein bisschen so unten aussieht. Das meint ihr Bescheid. So, da ist der Hausschuhe. Nicht schlecht das. Ich habe bis jetzt immer diese Hausschuhe gehabt. Deswegen kann mir das ganz gelegen, dass es neue Hausschuhe gibt. Fühlen sich auf jeden Fall sehr weich an. Die Sohle ist auch sehr weich. Das ist, ja, Verarbeitung sieht auch ganz gut aus. Boah, die sind mega, richtig mega weich sind die. Boah. Die sind für innen und außen geeignet. Die lasse ich gleich an. Gab es doch hier irgend so einen Werberspot? Die Schuhe lasse ich gleich an. Die sind echt gut. Also wie gesagt, ich hatte vorher ja diese guten Träder. Die haben halt einfach nur ausgesucht. Deswegen habe ich mir gedacht, cool. Ja, dann schick mir doch mal die Hausschuhe zu. Dann gucke ich mir die mal an und probiere die mal aus. Also ich muss echt sagen, boah, die sind schön mollisch warm. Jetzt gerade, wo das so kalt draußen ist. Für meine Gefühle perfekt. Ich habe sie natürlich auch in meiner Schuhgröße gekauft. Die gibt es auch in verschiedenen Schuhgrößen natürlich. Die sind auch für innen und außen. Steht doch hier drauf. Für innen und außen. Von daher gibt es auch halt in verschiedenen Größen. Könnt ihr dann unten einfach in der Videobeschreibung, wie gesagt, ist der Link zu den Schuhen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich bin echt ein bisschen versinkert. Ich bedanke mich auf jeden Fall zum Zuschauen und danke, dass ihr meine Produktvideos immer so schön guckt. Lasst ein Like da und ein Abo da. Ihr wisst wie das ist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.